Jo Leute, da bin ich mal wieder mit einem neuen Update Video. Diesmal auch mit etwas gebauten. Also hier seht ihr den Untergrund, der die Basis dann später eindecken. Also halt der Untergrund für die Basis M. Daran baue ich halt gerade noch hier sieht, ja nichts ist nicht viel. Ich habe auch schon mal ein paar Tests gemacht, was ich, also wie die Bautechnik und so an dieser Stelle da werde ich auch nochmal das Graue wegmachen wieder. Weil das kommt dann an diese Stelle. Die Basis wird dann halt sag mal so, das Schlachtfeld wird nicht gerade groß. Die Basis wird dann so sein. Ich werde die, also ich werde einen Zaun machen. Zwei Gebäude, also zwei einfach Gebäude mit Fenstern, allem möglichen, drum und dran. Diese Gebäude werden nicht wirklich besonders breit, vielleicht, sag mal von hier, also von hier bis hier so. Und die werden dann einfach höher sein, also wahrscheinlich so hoch oder so. Keine Ahnung. Und diese werden dann durch eine Brücke miteinander verbunden. Sollen soll ja mal zwei Töne sein. M. Ja, die Schlacht wird dann hier vorne spielen. Ich werde natürlich dann auch noch alle möglichen Sachen mit braunen Steinen dran machen. Ich zeige die euch jetzt immer nicht mal, weil ich habe gerade zur Zeit nicht so viel, also jetzt schon dunkel und ich habe gerade kein Licht. nur diese Lampen hier und die Steine sind woanders. Also, ich werde die dann einfach auch noch mit braunen Steinen hier, sag mal, alle möglichen Sachen machen. Klein Berge oder kleine Berge. Je nachdem halt, was mir so einfällt. Und wie es zu einer Umgebung und zur Basis passt. ich weiß nicht, wo spielen so auf wenigen Planeten. Da bin ich auch immer so, sagen wir mal so, äh, Planeten, kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus, bis da auch was. Muss ich ehrlich zugehen, klar, die paar Ende und sowas, aber ich weiß nicht, wo das ein soll. Wenn ihr die Idee habt, sagst mir aber, ist der mal so ein unbekannter Planeten, keine Ahnung, so ein Wüstenplanet, Planeten, weil ich hab auch keinen Bock, alles zuzumachen. Also, ich bin eher auch so der Typ, der dann mal so lieber große Flächen von Steinen, die zur Farbe passen, zum Gebauten und dann einfach nicht so viel, ich bin nicht so der Typ, ich fern von ganzen Sachen von Bauten, die halt von ganz viel Grün, von Bäumen, von Pflanzen halt umgeben sind. Ich mach eher so, ich mach mal trocken, mit Gebieten oder Eis. Aber, ja, ich bin da in solchen Sachen faul, aber das mag ich, ich find's einfach nicht irgendwie ansprengend, ich find's nicht, ich bin auch nicht so, der muss ich ehrlich zugeben, ich gucke eher Clone Wars, wenn ich Star Wars gucke, sowieso, und nicht die normalen Star Wars Teile. Äh, ja, ich kenn sie zwar alle, aber ich gucke sie nicht mehr, weil ich find sie einfach nicht so, ich mag prickeln, ich mag die Serie und von mir halt vor allem das Lego-Born-Sechen mal so, ich gucke sie so nicht wie Star Wars. Ich find's zwar eine gute Idee, aber naja, ja, also das war's mal wieder von mir heute zu diesem Update-Video. Ähm, ich hoffe, ihr konntet mich gut hören, ich weiß nicht genau, ich hab wahrscheinlich mich leise gesprochen. Ja, danke fürs Zusehen und, äh, bis zum nächsten Update oder sogar bis zum nächsten Video, wo die Basis sein kann. Ich weiß nicht, wie lange das doch dauert, ich denke mal nicht da, nicht mehr so lange da jetzt schon Weihnachtsfeien bald sind. Ich glaube, bei B sind die, ja, ich denke mal, ja, ziemlich oft, wenn ihr aus anderen, äh, wie heißt es, Bundesländern kommt, denke ich mal, die sind überall ziemlich gleich, jedenfalls die Weihnachtsfeien, also ich weiß es nicht genau, kommt auch auf die Schule an. Ähm, bei mir beginn sie gleich am, äh, nein, bei mir beginn sie gleich am, äh, 22. oder so, also, einen Tag vor Weihnachten, also zwei Tag, keine Ahnung, egal. Ja, jedenfalls am 22. oder 21. äh, soweit, ja, also schon nächste Woche irgendwann. Ja, okay, ich weiß zwar nicht, weil ich dieses Video hochlein, weil der euch glaub, halt an dem Tag, wo ich gedreht hab, heute ist soweit ich weiß, der 17. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Ja, aber auch, Vielen Dank.